Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 unter der Kuppe der mag die Kuppe ich mache Auge ein ein Juni okay wenn ich hätte ich hätte das war zu spät um ein ich habe kommt zu dir Jetzt rennt er halt die Front halt zu euch, und ich springe hier extra ab. Aber hier ist kein Gegner, ein Glück. Oh, ich kann nur looten. Nö. Okay. Okay. Ich kann mir einfach mal den Helikopter abholen. So. Ja, ja, ja. Du bist der Ding hier flogen, oder? Komm mal zurück, jetzt. Ich hab unsere Rohren anlaufen. Das war nix, ne? Ja. Hä, warum Mörderschlag? Na, ich bin halt hier gelandet, weil der Kevin hier aus dem Land ist, so, ja. Ich versuch grad der Markus ein bisschen hinterher zu rennen, ich weiß nämlich nicht, wo der sich hier gerade rumtreibt. Oh, ich bin halt auch in die falsche Richtung. Oh, ich tüdel. Ja, ja. Wie da bist du? Ich seh die schon. Egal, ich bin mal Schrotflente, weil sonst gar nichts. Hup. 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 Festung ist lokalisiert. Die Ziele sind auf der Taktikkarte markiert. Das gab nicht an sich dir. Mörderschlag. Ich komm zu euch. Ich bin gleich da. Da liegt doch eine. Ja, da war ich sehr, wie gesagt. Ja, da war ich sehr viel. die sicherheitszone geschafft 1 1 2 3 aufträger ein verstanden kann was mit drohne gefunden das haben wir gerade aus versehen zeitgleich zwei drohnen ich habe hier teilweise auch dinge noch aus ja ich mache es hier alles sehr ruhig, oder? Scheint ruhig. Aber ich kann sagen, ich war nicht so lang. Manchmal ist das gar nicht so gut, wenn das so ruhig ist. Einsatzschild. Ich habe noch eine Drohne, tatsächlich. Aber nur in-game. Ja, hat sowohl gerne. Die Frage ist, ob er nicht verdient oder nicht, ne? Verbündete Drohne im Einsatz. Ich geh fix zum Shop. Ich geh fix zum Shop. Okay. Ich bin hier gerade so ein bisschen am rumgucken. Mehr oder weniger. Welches LMG? Komm mal mit. Wenn ich darf. Mach's doch. Mach's doch. Mach's gut. Mach's gut. Ich bin ja so der LMG-V. Könnt mal Dreieck, bitte? Dreieck? LMG markiert. Jetzt nimmst du deine Stummgewehr mit den 5 aufsetzen, die M4. Nimmst du jetzt für die Pistole. Jawohl. Ah, perfekt. Weiß ich mal? Ja, ja, ich hab schon. Einmal Stummgewehr, einmal LMG. Okay. Hilfe. Ja. 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 Weil mit MP ist halt mehr schneller. Wenn wir in die Zone kommen, passen wir jetzt ein bisschen auf. Ja, ich bin schuliert, aber. Wenn der Gegner kommen kann. Das Gas kommt leer. Neue Sicherheitszone wird markiert. Da hinten. Mann. Da vorne irgendwo. Der schwimmt weg da hinten. Ja, ich, ich, ich push ihn. Von mir hat er auch noch ein paar mitgekriegt. Mich hat er. Ich hab ihn ausgelöst. Ja, jetzt saß du da noch eine Mauer. Ich hab die Beine erstmal geholt. Mal so eben noch nebenbei. Ich hab die Beine eben mal fix geholt. Sehr gut. Ich hab einfach wohl geschossen. Ich sag ja, ich werd Stammgast. Ich führte Stammgast und du lagst. Das gibt's ja gar nicht. Ach, guck mal. Der Jeep, der wir gerade haben. Hat er nicht schön genutzt. Von wo? Von wo? Der war unten an dem Anwalt dran. Push der? Resultat. Ich hab' ich gewohnt. Oder war ich? Ich hab' ich guck mal, ich hab' ich jetzt zu. Wir haben einen願vaten. Weich hat eine Zeit wirklich gewünscht. Ich hab' es nicht. Da war ich nicht so. Ich hab' ich es nicht. Ich hab' es nicht. Ich hab' ich hab' erhört. Nein, ey, das gibt's doch gar nicht. 1 gegen 1, Markus, hol dir den. Jawohl, stark. Komm zurück, Kömmerdanten, direkt. Geh wieder? Wie bist du? Äh, Gulag. Lass mal zu den Ausliefernstufen gehen, oder? Gulag. Ja, ist egal. Wir haben keine Ammoniten, glaube ich. Wir sind alle mit in der Tone. Die Frage zu welchen... ...Milio-Turmorten, ich bin mal wieder am Start. Ja, glaube ich, du bist hier. Samstag. Was machen? Boah, das gibt's nicht, oder? Der haut mich weg. Ich hab keine Ahnung, das sind so viele Kisten. Hier. Vor, also. Na komm, teammate, Alter. Ich hab' mir schon einen One-Shop geschossen. Alter, wir gehen einfach hier vorne ins Haus erstmal rein und gucken, was wir was kriegen. Alter, da sind nämlich Gegner auf dem Dach. Ich seh' schon zwei rum, das sind viele. Die sind alle hier auf dem Dach, drüber. Ah, ich hab' mir immer so ein Bacher. Lass' mal hier rüber gehen. Hier kommen welche auf dem Dach? Na, ich weiß nicht, Thomas, wenn du noch Bock hast, auch Worsum, wir sind zwar jetzt gerade zuviel. Keine Ahnung. Kannst du schon mal an den Pornkom erstmal. Oder was, Marki? Ich zock' erstmal. Ich bin schon, Marki, auch wieder. Bist du noch mal am Dach, oder wo bist du? Ach, da. Hihi, geil. Hier. Ey, pass auf, da hinten. Warte mal, das sind wahrscheinlich auch alles Bots da unten, ne? Das wird man sich so rechnen lassen. Das ist bestätigend, der die Knallen, wie ein Schädelweck der Gafelwinkel. Das ist das Gefühl. Nein, ich bin runtergefallen, das gibt es sogar nicht. komm zu dir Martin, ich bin hinter dir ich bin fix, ich bin kurz an der rauchen ach so, dann warte ich ich bin kurz an der rauchschneid zum stopp ich bin hier, geil ich bin kurz an der rauchschneid zum stopp und so, ich komm noch einer komm hier rein du solltest jetzt nicht da runterspringen, aber egal ich bin kurz an der rauchschneid zum stopp ich bin kurz an der rauchschneid zum stopp Alter von wo? ganz über euch, genau in euren Haus aber das ist ein anderes Team ja komm, alter, fichtige, wo wurde er denn gekommen? wir haben zwei Teams, sind zwei Teams ich hab was gesehen, der nicht abgeknallt hat ist nicht der gewesen, den wir in den Fenster gesehen haben ok komm 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 komm, vier ekki alles wird's gut ok da komm welche, 8.5 Was hierzu? Ja, das ist EK-Position. Ach so. Ich bin über euch. Ja, alles gut. Das kann ja sein. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Doppel L2. Oder ohne gar nicht, L2X. Oder irgendwie so. Ne, L2. Mensch, keine Ahnung, Kreis oder L3. An der Wand. Dann kannst du dich dran nehmen. Genau, genau. Und das macht man nicht hier. Wo du eben warst. Oder bleibt da stehen. Alles gut. Stehen bleibt, das kann ich am besten. Alle Stationen. Aktiver Gefängnisausbruch. Wir sollten so langsam uns bewegen. Scheiß nicht, die noch wohin. Rosi über euch, ne? Lass dir als erstes raus. Wir wollen safe nochmal zum Shop. Seinlicher Luftflag nähert sich. Achtung, gescheiterausbruch aktiv. Boah, komm wieder. Ich bin mal nicht mehr. Feindliche Drohungen irgendwo unten. Der ich meine. Ich bin mal dieser Luftflag. Da, was bin ich da? oh man kann das sein dass er mich schon wieder wechselt, der ist hier alleine so schlecht alter, der macht drei Wanderfälle das ist hier 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 und mit der sieben ein ja Lass mal die anderen beiden ein, bitte. Ja, geht sofort los. Befördern? Nee. Du bist ja schon rein. Für 22.46 Uhr kommt er mit der Einladungsbeform ein. Okay, ich hab dir mal eine FA geschickt. Du weißt, wie das geht? Weißt du, wie das geht? Weißt du, wie das geht? Ich glaube, ich muss auch mal R3 werden dafür. Ja, ich kann den Einladung jetzt. Ich glaube, das hat wahrscheinlich gestimmt. Ich glaube, das geht schon. Wenn du, wie das could einschneid. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dan. Wir sehen uns dann. Wenn ich sich dann. Musik